Die Beziehung zwischen Florian Silbereisen und Beatrice Egli, einem der bekanntesten Paare in der deutschen Schlagerwelt, wurde kürzlich auf eine harte Probe gestellt. Die Fans des Paares waren entsetzt, als die Nachricht über eine schwere Traködie die Runde machte, die das Leben von Beatrice Egli stark beeinflusste und Florian Silbereisen in tiefer Sorge zurückließ. Alles begann vor einigen Wochen, als Beatrice Egli während eines ihrer Auftritte plötzlich zusammenbrach. Sie wurde sofort ins Krankenhaus gebracht, und die Ärzte stellten eine besorgniserregende Diagnose, Beatrice litt an einer seltenen, ernsthaften Krankheit, die sofortige und intensive Behandlung erforderte. Diese Nachricht traf Florian Silbereisen wie ein Schlag. Er war schockiert und zutiefst besorgt um die Gesundheit seiner Partnerin. In den folgenden Tagen wich Florian nicht von Beatrices Seite. Er begleitete sie zu jeder Untersuchung und unterstützte sie emotional, so gut er konnte. Beatrice ist eine Kämpferin. Und ich weiß, dass sie stark genug ist, diese Herausforderung zu meistern, sagte Florian in einem emotionalen Interview. Aber es bricht mir das Herz, sie so leiden zu sehen. Die Öffentlichkeit und die Medien verfolgten die Ereignisse mit großer Anteilnahme. Florian und Beatrice, die stets für ihre positive Ausstrahlung und ihre Lebensfreude bekannt waren, mussten nun eine schwere Zeit durchstehen. Florian zeigte sich jedoch entschlossen, seiner Partnerin beizustehen. Ich werde alles tun, was in meiner Macht steht, und Beatrice zu helfen, erklärte er. Unsere Liebe ist stark genug, um diese Krise zu überstehen. Während Beatrice sich verschiedenen Behandlungen unterzog, war Florian eine ständige Quelle der Unterstützung und des Trostes. Er organisierte sogar eine spezielle Überraschung für sie, ein privates Konzert, bei dem er einige ihrer Lieblingslieder sang, um sie aufzumuntern. Beatrice war gerührt und fühlte sich von Florians Liebe und Hingabe tief berührt. Florian ist mein Held, sagte sie unter Tränen. Seine Unterstützung gibt mir die Kraft, weiterzukämpfen. Doch die Situation spitzte sich weiter zu. Trotz aller Bemühungen der Ärzte verschlechterte sich Beatrices Zustand und sie musste einer noch intensiveren Behandlung unterzogen werden. Florian, der inzwischen erschöpft und besorgt war, sprach in einem weiteren Interview über seine Ängste und Hoffnungen, es ist schwer, Beatrice so zu sehen. Aber ich glaube an sie und ich glaube an unsere Liebe. Wir werden das gemeinsam durchstehen. Die Fans des Paares zeigten ihre Unterstützung in den sozialen Medien, indem sie ermutigende Nachrichten und Genesungswünsche sendeten. Der Hashtag Stay Strong Beatrice wurde zu einem Trend, und die Solidarität der Fans gab sowohl Beatrice als auch Florian neue Hoffnung. Inmitten all der Dunkelheit und Sorge gab es jedoch einen Lichtblick. Während einer besonders schweren Nacht, als Beatrice Zustand kritisch war, erhielt Florian eine unerwartete Nachricht. Es war eine Einladung zu einem Treffen mit einem weltweit renommierten Spezialisten, der auf die Behandlung von Beatrice spezifischer Krankheit spezialisiert war. Die Einladung kam von einem anonymen Unterstützer, der von der Liebe und dem Kampfgeist des Paares berührt war. Florian zögerte nicht und organisierte sofort die Reise zu dem Spezialisten. Die Behandlung, die Beatrice dort erhielt, zeigte schnell Wirkung und sie begann sich langsam zu erholen. Florian war überglücklich und dankbar für die unerwartete Hilfe. Es ist ein Wunder, sagte er. Ich weiß nicht, wer uns diese Möglichkeit gegeben hat, aber ich werde dieser Person für immer dankbar sein. Mit der Zeit stabilisierte sich Beatrice Zustand weiter und sie konnte das Krankenhaus schließlich verlassen. Die Öffentlichkeit war erleichtert und freute sich über die positiven Nachrichten. Florian und Beatrice dankten ihren Fans für die immense Unterstützung und teilten ihre Freude über die Fortschritte. Doch das war nicht die einzige Überraschung, die auf das Paar wartete. Während ihrer Genesung entdeckte Beatrice eine neue Leidenschaft, das Schreiben. Inspiriert von den Ereignissen der letzten Monate begann sie, ihre Gedanken und Gefühle in einem Tagebuch festzuhalten. Florian ermutigte sie, ihre Erfahrungen in einem Buch zu veröffentlichen und anderen Menschen in ähnlichen Situationen Mut zu machen. Und so entstand das Buch Kämpfe für die Liebe, in dem Beatrice ihre Geschichte erzählt. Es wurde ein Bestseller und berührte die Herzen vieler Leser. Florian und Beatrice nutzten den Erlös, und eine Stiftung zu gründen, die sich für die Forschung und Behandlung der Krankheit einsetzt, an der Beatrice gelitten hatte. Die Traködie, die das Paar durchleben musste, schweißte sie noch enger zusammen und sie gingen gestärkt aus der Krise hervor. Ihre Geschichte wurde zu einem Symbol für Hoffnung und die unerschütterliche Kraft der Liebe. Florian und Beatrice zeigten der Welt, dass wahre Liebe und Zusammenhalt jede Hürde überwinden können. Florian Silbereisen und Beatrice Egli haben nicht nur ihre Liebe gerettet, sondern auch vielen Menschen Mut gemacht und gezeigt, dass selbst in den dunkelsten Zeiten immer ein Lichtblick zu finden ist. Ihre Geschichte wird noch lange in den Herzen ihrer Fans weiterleben und als Inspiration für viele dienen. Das ist ein Problem, das ist ein Problem, die sich für die Angelegenheit wieder